... Da geht's rein in die Schikane und die Alja Schneepel, die bleibt voll auf dem Gasen. Die kennt da nichts hier von dem Lute Hengs. Sie ist vorne. Sie übernimmt die Führung. Die Lute Hengs auf Platz 1 unterwegs. Er hat sie rausgekriegt. Der Schalz ist ein kleiner Schalz. Die Direktorin hier mit 2. Uberschneider der 607, das vermeintlich schnellste Auto in der 80 PS-Klasse, übernimmt die Führung. Wobei, als wir gestern raufeln die Hände stäpeln, die ist irre, die sitzt dort oben auf dem Erdball. Sie sitzt dort oben auf dem Erdball. Der absolute Wahnsinn hier in der Piausselle von Baselburg. Sven Doberstein ist vorne, das Fahrzeug läuft wieder. Wobei, hier gestern. Auf dem Erdball steht der Wage und es wird einmal tief Luft geholt. Alles okay, die Siegflagge geht raus. Die Fleckscharks sind vorne. Platz 1 für Sven Doberstein. Auf der 2, Strompultor. Auf der 3, die Blue Tanks über die Zierlinie. Und der 4. Plan geht hier.